1.65. 4.45 Uhr in der Weizemeistern statt Schweizer Meistern heute haben wir die Chance auf Prevost bei der BBC Lausanne-Hackspiel Platz 2 in der Antibie 10 Spielen knapp vor in Lausanne und nun geht es heute umsumetro 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 mit der Nr.5 der F�kegner kommen wir in Lausanne mit der Nr.9 Lukas Bidru mit der Nr.4 Luca Schakote mit der Nr.7 Julia Reye mit der Nr.8 Ryan Cullen mit der Nr.9 Eric Land mit der Nr.13 Bruno Futonda mit der Nr.21 Rilash Posvich mit der Nr.25 Gino Martinez mit der Nr.30 mit der Nr.Cherom Stuttli und wir müssen nicht im Notfall der Rangwald deshalb Und ihr Friedrich ganz ganz einen grossen Applaus für unsere Heimannschaft aktuelle Liebe von der Antibienmeisterschaft 40 Schlitzermärschen 2 50 und 14 Swiss Zettfrau Foto Baska Estetli West West mit der Nr. 15 Prenkberg Tavis Metinon Rufy Irvin Vielen Dank. 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 Okay. Bye. 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 Ich wollte vor der Vorkursitz zählen, dass wir zwei Rüder über den Risiko in der ersten Halbzeit zwischen Stadt Rappenfans zu 70. Es kann nur besser werden für uns zu mir. Wies, roten Rüden für den Zentrum. Auf Tiefbank, Cherry Robinson ala! Na gut, der Rüden für den Griechen hängt sich unverstanden. Verstanden, Chris? Frau Frey, Frau Rundfunk, Frau Rundfunk, Frau Rundfunk, Frau Rundfunk, Frau Rundfunk, 2.24 €. Rundfunk 3, 4, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1. und Arke Esterbühne. Jetzt als nächstes Ruf für January 19, der 12.30 Uhr, Christoph Uluspehberg, Uluspehberg und Universität. Der Kassel mit einem Coup-de-Coude ist nichts zu tun. Der Huckshot ist nichts zu tun. Und das auch? Ok. Ja, aber es ist hier. Es ist ein Coup-de-Coude. Das ist ein Coup-de-Coude. Das ist ein ganz wichtiges Spiel. Aber das ist für mich zu spät. Das ist ein Coup-de-Coude. Das ist ein Coup-de-Coude. Das ist ein Coup-de-Coude. War zu spät für uns, war es wieder in der Mitte 2. Und jetzt ist noch Johnny Robinson aus der Wischenpuss, wo man in der Wortschritt schickt. Ich bedanke mich, dass wir in der Spouse hier noch nicht allein in den alten Rücken gehen uns noch auf den Freiburg. Und dann, Rampost. Eine halbe Minute, dann. Jürgen! Ja, mit der Liefen ist Kro-Mizzi. Herr Giuliano Kornizzi hat zu nach links gestoppt, 1.25, Paul Gauerstin zurück. Und jetzt kommt der Spala. Aber ich bin nicht der Hiborz. Günel. Günel. Günel! Danke schön! Du hast noch einen Anführungs-Cache! Prett' man einen Torf, bitte auf den Schaden! Wut! 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 s Danke schön! Danke, jetzt ist es klar! Und in die Eropocanzierung wird... These here... wie die Heffin... Die Fett, die Fett, die Fett. Prost, Jörg von Maui! Leide, 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 leide! Wir haben eine Vorbereitung, die wir in den Basketball passen. Wir sind schon in der Anwärtsbewegung gesehen. Wir sind in der Hüfte und Hüfte und Hüfte und Hüfte. Ich glaube, die zwei Wünsche zählen. Nach dem Händel ist das für ein Wünsche zu sehen, bei Maui und Hüfte und Hüfte. Die zwei Wünsche sind wunderbar! Mit Hüfte und Hüfte und Hüfte! Mit Hüfte und Hüfte! Mit Hüfte und Hüfte! Mit Hüfte und Hüfte! Er blieb nicht in der Hüfte. Halleluja! Ich bin jetzt in der Hüfte und Hüfte. Und wenn wir uns in der Hüfte! 24 Euro kommen wir uns in der Hüfte! Wir sind in der Hüfte! Und jetzt ist leider der Hüfte in der Hüfte. Und ich bin ganz sicher. Der Verstand ist ein spektakulärer zweiter Halbzeit. Ich bin vor Ort, wenn ich mich auflegen, am Kiosk, es gibt äuerliche Tränke, um den Fuss ein bisschen runterzubringen oder auch die Kandidatur wieder hochzubringen. Für mich kann einer hier SCB-Spieler machen wir natürlich 8-15-25. Nach der ersten Elf, der Verstand mit dem Spitzenspiel zwischen BBC, Lozac und Suisse Zentralbasket. door! Make the Mercy on my soul. Mercy on my soul. Mercy on my soul. Mercy on my soul. That shit that put these hoes on they back. The reason why your man's so they don't know how to act. It's your back. The reason why you're not saying that 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mit meinem Freund von Moritz-Faxen will ich wissen, sehr verlastet. Für meinen Charity-Royt sind wir die Strecke überniesen, der Lumba-Fallwitz. Hört's gut? Hört's? 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 Hört'sprichtamus von Warschem Lieber Hessraf überweist. Hört's? 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 Gosta, schoß ann�. Das bricht jetzt an der 7.10, der mich im 14.00 Uhr und Dürbis war glücklich, trotzdem kann man sich mit sich glücklich für den Zentrum ausgehen. Wir haben uns in der Nähe aus der Tagsbrücke in der Zentrum der Helfer. Applaus Milan Bayerich das das der 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 Vielen Dank. Hübschen, Hübschen, Hübschen! Hier sind die Kürz, 10-30. Von der Vor- und von der Winning, die 2.0. Applaus Die Kuss Die Kuss Die Kuss Die Kuss Die Kuss Die Fertz! Auf 6.000 Euro an den Rundfunkengen, der Frau Güttinger, glaube ich, Niemorf-Sieter, von der SWISS, von EBC Losan, Niemorf-Muttern-Court. Das ist der Rundfunkengen, der Kassel-Fort. no-no, Kassel-Fortgabe, komm! Komm! Weiss auf, weiss auf, weiss auf! Und ein Fortschritt für die Defence, Mario Owens. 8-3. Jetzt einmal stoppen! Und Punkt, verkunft für die Zukunft, der Defence-Einser-Fortgabe. Die 5, Die Fünf! Die Fünf! Die Fünf! Die Fünf! Herr Radisch, der ist auch der erste Mal für Masiö. Die Fünf! Die Fünf! Die Fünf! Verhaubegte Daniel Inic! Du schaffst! Die Fünf! Die Fünf! Für die Donda! Erste Mal für den Basketball! Für Daniel Inic! Vorher die Spiele, noch wieder nach dem Toric! Für die Donda! Kostetung! Der Wiener Neuer! Der Wiener Neuer! Dane Lundin! Der Wiener Neuer! Der Wiener Neuer! Bravo, bravo, ein Stück. Wir haben nur ein Lüge in zwei Hässe in der Realität. Wir haben auch nicht gesehen, dass wir uns reinmachen. Aber leider passt nicht mehr. Wir haben auch noch alles. 1, 2, 3, 2 ... Die Wunsch der Gino Wildes. Wir stehen im Spiel von Kurt Mechel, im Spiel zwischen das Zentral-Baske-Briege. Der Jeremy Robinson und der Marien, zweiten Spiel R&D mit Rutscheine, Nur mit ungefähr 46 Sekunden lag in diesem Spiel 22.5. Der Rückstand, wir sind jetzt ein Kreisach für Mosang, aber 12 Minuten. Nein, mehr als 12 Minuten sind noch zu spielen. 14 Minuten. youtube. Das war's für heute. 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 Applaus Go, go, go! She's going to the top! Jim ... Jim ... It's gone! It's gone! It's gone! It's gone! It's gone! The winning team... ...it's gone! And the winning team goes out! Knight Ball! Oh, das ist ein Buss, das ist ein Buss. Die Wolfsitter Zentral. So, ich mache noch ein bisschen Plüsse. Baller an den Satelliten. Das ist der letzte Lager. Ich bin Stehosa. Loseriro. Käkti Braco-Tonch. Bei dem Schluck. Ein j representations vieles kleine Spiel. Im Braco ist ich das 5. Fault Trend im 사고. Und jetzt ist der Match für ihn beendet. Erstens kann ich noch wechseln. Bringt es noch eine Güte in. Wir haben noch eine Sitzung, aber wir wissen ja keiner. Ich wollte euch noch ein. Das wird noch nicht. Ich war das nicht. Du hast nicht. Null stabil, du bist noch nicht. Du hast nicht, du bist noch nicht. Bist du bist noch ein. Du hast nicht. Ja? Bande neres. Bande neres. Pouden neres. Neres, neres, neres. Ne neres. Neres, neres, neres. Neres, neres, neres. Neres, 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 neres... Chuletson, neres, neres. Dix, ne sers. Hulets. 55. Chineau, 30. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Die Räder sind in der jüngischen Spiele. Sie sind in der jüngischen Spiele, wo sie zum Mal was gehen. Die Räder ist in der jüngischen Spiele. Hör dir! 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 Das ist ein Tor, das ist ein Tor, das ist ein Tor. Vielen Dank für's Zuschauen! Nächste wechseln wir uns ins Zerkelbasket. Fahnsinn. Ah, der Jörg aus Wilbur-Zadkis macht den Kanal mit Nummer 25. Obwohl wir das vorhin falsch gesagt haben. Der Moritz ist zum Beispiel der älter als der Jörg aus Wilbur-Zadkis. Das ist der erste Einsatzteuer in der Nationaltrain des Zerkelbasket. Heute sind auch Hopfuck-Spieler und 15 Spieler des Zerkelbasket. Geier! Alle? Geier! Die Rüttchen von Julien Raghi, ist heute von der Topspur für pinken Signi in Moser. Und dann Avec Schwutz, damit das nicht mehr der Paskel. Zudeln der Schüttelbasket. Hier ist ein drückischer Zerkelbasket. Hier ist der einzige Wechsel der Nationaltrain der Zerkelbasket. Er hat sich am in der Sitzleubskur für die約en Jahre. Team Reds! Team Reds! Team Reds! Team Reds! Er muss ein Bühne aus. Macht er wieder 3.5 bis zu den letzten Sekunden. Der Schlusspunkt. Und wo waren sie uns? Loser, wir haben uns in Loser gewünscht. Spitzenspiel Daniel Swies-Tenlob Aspett. Diskussionslos. 97.4. Er ist die höchste Minderwart der Swiss-Centra. Was ich in dieser Saison nicht. Einige der höchste. An dieser Stelle noch ein paar Informationen. Swiss-Centra gehört. Doch der Match natürlich. Die Position ist am Grund. Der aktuellen Rappel-Trobing. Der liegt von der Nazi-B-Mächterschaft. Zeit zum Ausruhen gibt es eigentlich nicht. Es wird gerade morgen noch weiter. Wir werden mega ergänzen. Ausruhen. Wir spielen nur noch im Ausruhen. Jetzt sind wir die Zentralen. Und jetzt sind wir die Gämpfreise. Und jetzt sind wir Poli. Sie können mich raus. Und dass man sicher auch ganz schnell aufkommt. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.